Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ja, ihr habt es schon auf Instagram gesehen, ich habe es schon öfters angeteasert, aber ja, die Zeit war nicht so da. Heute nehme ich mir extra die Zeit, der Kalender ist riesig. Ich habe den jetzt auch hier auf den Stuhl gestellt, ich hoffe, dass man irgendwie was sehen kann, ich bemühe mich drum. Es war gar nicht so einfach, weil der ist wirklich, der ist riesengroß und ich bin schon sehr gespannt, was da alles Tolles, Leckeres drin ist. Hier ist das Heftchen, da steht halt alles drin, was im Kalender ist, deswegen lasse ich das mal noch weg. Und ja, es ist der Kalender von Dekostabox. Ich freue mich mega, ich habe mehrfach überlegt, mir den zu bestellen. Dann wurde ich gefragt, ob ich den auspacken möchte und ja, natürlich. Eigentlich sollte mein Mann auch noch beim Video mit dabei sein, aber zeitlich hat es dann doch nicht funktioniert. Wir haben uns ein paar Mal den Termin freigehalten und dann hat es doch nicht geklappt. Deswegen mache ich es jetzt doch alleine, es ist immer ein bisschen schwierig, weil wir uns mit den Terminen halt auch abwechseln. Und deswegen, ja, ich denke, ich denke, ihr könnt das verzeihen. Aber er wird auf Instagram auch noch mal was zu den Produkten sagen. Ich werde das dann alles stehen lassen und dann könnt ihr es erfahren. Deswegen folgt mir auch extra auf Instagram, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich freue mich so, weil ich den schon ein paar Tage hier stehen habe und jetzt ist er auf jeden Fall fällig. Und ich habe mich extra ein bisschen schick gemacht für euch, weil ich muss eigentlich noch Sachen für die Uni machen. Aber es geht los. Und dann fange ich mal an mit Türchen Nummer 1. Das ist hier. Ich gucke mal, ob ich es ein bisschen schieben kann. Hier ist ein größeres. Wenn ich jetzt den Kalender noch weiter schiebe, dann fällt er mir wahrscheinlich vom Stuhl. Ich sage es euch, Leute, der ist ein absoluter Hingucker in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer ihr den hinstellt. Den kann keiner verfehlen. Also, ich mache das mal auf. Das ist ein mega, mega großes Türchen auch. Oha. Es fängt gleich schon mega gut an, Leute. Ich habe auch so einen Hunger. Ich kam heute gar nicht dazu, was zu essen. Lecker. Rosinenstollen. Leute, sowas liebe ich ja. Sehr, sehr gut. Und zwar von Emil Reimann. Ja, Dresden. Oh, lecker. Das erste Türchen ist schon voller Erfolg. Und ich gucke mal, ob im Heft irgendwie im Preis noch mit dabei steht. Das ist auch geordnet. Genau, der Preis steht mit drauf. Emil Reimann. Rosinenstollen. 5,95 Euro. Finde ich sehr, sehr gut. Dann Türchen Nummer 2 ist hier oben. Okay, ich bin gespannt. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt auch total oft meinen Hinterkopf sehen. Hoffentlich sind alles in Ordnung. Was ist das? Okay. Gewürzt. Das sieht ja mega schön aus. Sowas kenne ich gar nicht. In einer richtig schönen Dose. Tante Tomate. Uschi kocht. Pasta, Salat und Fleisch. Das finde ich richtig schön. 50 Gramm. Paprika, Chili, Meersalz, Pfeffer, Petersilie, Basilikum, Oregano, Koriander, Ingwer. Genau, das ist da alles drin. Das finde ich ja mega. Gucke ich mal, was dazu noch steht. Tante Tomate Gewürz. 4,99 Euro. Also preislich lohnt sich der Kalender auf jeden Fall. Uschi kocht Gewürzzubereitung, Uschis Allrounder, Leoparding Wild Pink. Ja gut, weil das halt so optisch so dargestellt ist. Eben Uschi. Perfekt zu Pasta, Salat, Fleisch. Einfach drüber streuen, fertig. Tatsächlich mache ich nachher auch Salat und Schafskäse aus dem Ofen. Da werde ich es gleich mal austesten. Sehr cool. Zweites Türchen gefällt mir auch. Nummer 3. Wo ist denn die 3? Hm. Schade, dass ihr mir hier jetzt nicht helfen könnt. Wo ist denn die 3? Ah, hier unten. Könnt ihr sehen? Ein bisschen. Oh, nein. Ah, jetzt. Okay. Oh ja, lecker Schokolade. Und zwar von der Marke hier. Tonys Schoko Lonely. Und ich habe ja schon mal davon was gehabt. Und das fand ich richtig lecker. Hm. Ich werde nachher auch noch was probieren. Aber wenn ich das jetzt aufreiße, dann esse ich alles, weil ich so einen Hunger habe. Vollmilchschokolade ist das. Sehr cool. Tonys Schoko Lonely Vollmilchschokolade mit Haselnuss. 1,36 Euro. Und das sind, wie viele Gramm sind das denn? 47 Gramm. Ja, okay, gut. Nächstes. Ich werde euch natürlich auch den Kalender verlinken. Dann könnt ihr direkt bestellen. Und ihr könnt auch über meinen Link die Degusta-Box bestellen. Und bekommt dann noch 50% Rabatt auf die erste Box. Da könnt ihr euch mal informieren. Also mir persönlich gefällt die Box immer sehr, sehr gut. Aber wahrscheinlich habt ihr es auch schon mitbekommen. Nummer 4. Huch. Ich glaube, es ist auch wieder was Süßes. Das hier. Das kenne ich gar nicht. Ragusa Classic. Pralinen aus Schokolade mit Praliné-Füllung und ganzen Haselnüssen. Ich glaube, das hier probiere ich. Komm, egal. Gut würde ich sogar auch finden, wenn noch was zu trinken drin wäre. Und wie in jedem Video habe ich hier eine Fliege. Ich gucke mal. Er ist noch im Heft. Oh. Irgendwas ist bei mir vertauscht. Weil die 4 ist eigentlich Honig. Ich suche mal, wo die Pralinen drin sind. Das hier ist ja jetzt so witzig. Das ist eine doppelte Überraschung gerade gewesen. Da ist es. 1,05 Euro. Ich kenne das überhaupt nicht. Gibt es wohl in drei Sorten auch. Okay, cool. Ich teste das jetzt. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Oh, sieht das lecker aus, Leute. Wirklich. Wie so eine abgeschnittene kleine Praline. Oh nein, ist das lecker. Ich wollte eigentlich das Abgebissene zurücklegen. Aber ich esse das noch. Oh, ist das gut, Leute. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Dann kommen wir zur Nummer 5. Die ist hier oben. Das kann man noch ein bisschen erkennen. Die Kamera steht auch so ein bisschen schräg. Heute ist alles anders. Oh, ich freue mich so. Leute, schon Kalender mit super viel Essen drin. Vor allem nicht einfach nur so kleine Stückchen, sondern so richtige Brummer. Und gerade habe ich noch gesagt, ich würde mich so freuen, wenn auch was zu trinken drin wäre. Und tatsächlich, hier ist was von Rotbäckchen. Morgenstark. Wie schön das ist. Multivitamin-Mehrfruchtsaft-Direktsaft-Vitamin B12 unterstützt den Energiestoffwechsel unseres Körpers und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Ja, oh mein Gott, Leute. Ich bin so dermaßen im Stress wieder diese Woche. Das ist wirklich enorm. Aber ich schaffe das. Ich bin gut strukturiert. Wo ist sie? Die Nummer 5. 4. 99 Cent kostet das. Rotbäckchen, ein kleiner Saft. Finde ich schön. Ja. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen probieren soll oder nicht. Ich glaube, ich probiere. Es ist zwar schon abends, 17 Uhr gleich, aber ich nehme einfach mal einen kleinen Schluck. Oh, das riecht richtig gut. Oh, lecker. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Und könnte ich mir auch vorstellen, mal zu kaufen. Nummer 6. Nikolaus. Oh, das Türchen, Leute. Das ist riesengroß. Ihr könnt es ein bisschen sehen. Es geht richtig gut weiter. Ich probiere das auch. Oh Gott, Leute. Ihr müsst auch denken, komm, geh, schmier dir ein Brot. Nein, ich muss hier die ganzen Süßigkeiten probieren. Und dann aufgerissen wird's. Hoffentlich nimmt das Video auch richtig auf, weil aufgerissen ist aufgerissen. Leute. Lonka Crunchy Fudge Peanuts. So sieht das aus. Oh, riecht richtig toll nach Erdnissen. Also das war richtig, richtig lecker. Kostet 1,35 Euro. Würde ich auch mal kaufen. Habe ich nur irgendwie noch nie gesehen. Aber das schmeckt extrem gut, Leute. Kann ich empfehlen. Okay. Bisher kein Flop dabei. Nummer 7. Wo ist die Nummer 7? Hier oben. Ihr könnt es schon sehen? Ja. Zitronenbonbons. Die mag ich, weil die nicht zu scharf sind. Die Ingwerbonbons, die sind ja ein bisschen scharf. Aber die hier nicht. Außerdem sind die zuckerfrei. Finde ich ganz toll. Kann die kleine dann auch mal haben. Dann ist das nicht so schlimm. Wenn die ohne Zucker sind, dann geht das. 75 Gramm sind da drin. 1,89 Euro. Und auch das finde ich ein tolles Produkt. Gerade jetzt auch zur Winterzeit. Da hat man oft mal was im Hals. Einen kratzigen Hals. Oder ein bisschen Halsschmerzen. Finde ich sehr gut. Dann die Nummer 8. Hier. In der anderen Ecke. Oh. Könnt ihr es sehen? Ein bisschen. Von Vegans ein Produkt. Und tatsächlich habe ich vor zwei Jahren im DM mal so, so leckere Lebkuchen von der Marke gehabt. Irgendwie durch Zufall an der Kasse entdeckt. Und dann aber nie wieder. Und ich suche die auch jedes Jahr. Ich glaube, das war vor zwei oder vor drei Jahren, wo ich die hatte. Nicht mehr gefunden. Also, das kann ich mir nur lecker vorstellen. Vor allem, ich kann es ganz alleine essen. Weil das mit Banane ist. Und mein Mann, der kann ja gar nichts mit Banane. Da steigt er dann aus. Sehr, sehr gut. Das werde ich jetzt aber nicht probieren. Weil ich habe jetzt ja schon so viel aufgerissen. Und ich muss mal eine kurze Pause machen. Vor dem Ganzen probieren. Auch ein sehr cooles Produkt. Ich möchte wissen, was das kostet. Weil ich mir das vielleicht nachkaufe. Granola Bites Chocolate Banana. 99 Cent. Finde ich auch in Ordnung. Nächstes. Das war jetzt die 8. Die 9. Die habe ich doch. Genau. Hier ist die 9. Und hier haben wir den Honig drin. Den wir eigentlich in der 4. Ich glaube, irgendwie haben sich die beiden hier vertauscht. Das war auch ein bisschen angerissen. Vielleicht irgendwie durch den Transport oder so. Und ich mag das. Ich hatte davon auch mal Marmeladen zwei Stück. Die waren sehr, sehr gut. Die Gläser sind wahnsinnig toll zum Wiederverwenden. Sieht einfach super schön aus. Und ja, der Honig spricht mich auch extrem an. Die Kleine sagt auch immer, wenn sie gefragt wird, dass sie gerne Honig isst. Aber zu Hause möchte sie nie welchen. Sehr interessant, ne? Aber vielleicht möchte sie doch mal probieren. Schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich den Honig hier drin habe. Der wäre doch dann eigentlich in der 4 gewesen. Ja, hier. 3,99 Euro. Und der Honig ist aus Sommerblüten. Ja, sehr toll. Finde ich auch gut bis jetzt. Keine Beschwerden. Jetzt, das war die 9. Da muss ich jetzt wieder weiter. Ja, zu der eigentlichen 9. Und es wird noch nicht gespoilert in der 10. Die 10 ist hier oben. Boah. Uh, lecker. Tee. Jogi-Tee. Jogi-Tee. Ich glaube, das ist ein Kräuter-Tee. Und ich liebe Kräuter-Tee. Und ich habe, glaube ich, auch gar keinen mehr da. Man kann noch nicht so viel riechen. Für die Sinne. Ruhiger Moment. Mit Lavendelöl, Zitronenmelisse und Reubusch. Ich denke, das wird mir schmecken. Freue ich mich drauf. Ja, toll. Kann ich auch gebrauchen. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Ah, und hier sieht man auch noch, was es noch gibt. Die anderen Sorten von Ragusa. Weil ich habe ja erzählt, da gibt es drei Stück. Spricht mich alles extrem an. Also Deguster-Box. Gerne davon was in den nächsten Boxen. Ich wäre mit dabei. Ah, und es kann wahrscheinlich noch eine andere Sorte drin sein. Von dem Tee. Die blaue Sorte mit Pfefferminzöl, Krauseminzöl und Ingwer. Also wahrscheinlich wieder ein bisschen so was scharfes. Schärflich, wie mein Mann sagen würde. Jetzt mal ehrlich, das ist doch kein Wort. Schärflich. Es ist schärflich. Schreibt es mal in die Kommentare. Irgendwie, ich denke mir immer, das gibt es doch nicht. 4,29 Euro. Nicht günstig. Finde ich gut, dass es drin ist. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde für über 4 Euro. Ist gut, dass ich es testen kann. Kommen wir zu Türchen Nummer 11. Nummer 11. Wo ist die Nummer 11? 15, 12. War das jetzt schon die 11? Nein, hier unten ist die 11. Ach, das ist ja witzig. 7, 8, 10, 11. Es geht aber nicht so weiter. Ich habe es schon mal vorgeguckt. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon den Adventskalender fertig habt. Ich habe den für die Kleine tatsächlich schon gemacht. Der steht auch schon. Aber sie weiß es noch nicht, dass es ein Adventskalender ist. Das ist echt interessant. Das wird noch witzig. Weil ich ihr morgens am 1. Dezember sagen werde, dass das ihr Adventskalender ist. Bin ich mal gespannt. Oh, lecker! Von Enabio Dinkelkugeln. Oh, Leute, das sieht ja so gut aus. Oh, die sind bestimmt ganz knusprig innen drin. Oh, super lecker! Hoffentlich ist auch noch irgendwie Marzipan mit drin. Da hätte ich Lust drauf. Das ist ja so Geschmackssache, aber ich mag es gerne. Auch was hätte ich denn noch Lust? Was könnte da noch Gutes weihnachtliches drin sein? Marzipan? Mir fällt irgendwie nichts ein. Wieso fällt mir denn nichts ein? Und das, wo ich so einen Hunger habe. Naja, gut, schauen wir mal. 1,49 Euro. Und ich glaube, die gibt es bei Rossmann. Sehr cool. Oh, Leute, lecker, lecker. Ihr merkt es schon, ich bin hellauf begeistert. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ich mir das nächste Jahr wieder besorgen werde, weil ich finde, es lohnt sich. Kommen wir zur Nummer 12. Und ich gucke schon, der ist hier. Das könnt ihr nicht mehr sehen. Aber das ist ein riesengroßes Türchen. Sehr gut. Das kann ich gebrauchen. Tomatenmark. Tatsächlich ist mir eins leer gegangen. Ich habe immer so zwei, drei Stück auf Vorrat, weil ich das öfter brauche. Und in der letzten Degusterbox war eine Tomatensauce drin, auch von Mutti, von der Marke. Und ein Päckchen Nudeln. Und das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe auf jeden Fall mal wieder Lust, auch Lasagne zu machen. Und ja, irgendwie einfach so Nudeln ein bisschen überbacken vielleicht mit Mozzarella. Da hätte ich richtig Lust drauf. Oh, schreibt mir mal, auf was ihr mal wieder so richtig Lust drauf hättet. Auf Essen gehen hätte ich ja schon auch Lust, ne. Aber ist halt nicht momentan. 1,59 Euro kostet das. Und das ist dreifach konzentriert. Und das finde ich auch sehr wichtig zu wissen, weil ich habe auch mal das fünffach konzentrierte gekauft. Und das war mir ein bisschen zu arg. Ja. Ich hoffe, es geht noch vom Licht. Aber ja, weil draußen ist es jetzt stockdunkel. 5 Uhr und stockdunkel. Nummer 13. Die ist hier und auch wieder riesengroß. Also hier. Ihr seht heute nicht so wahnsinnig viel von mir. Eher nur hier so. Der Bereich. Aber ja. Und dabei habe ich mich extra noch für euch ein bisschen geschminkt. Was Schickes angezogen. Ich dachte, das passt so zum Kalender. So weihnachtlich. Vielleicht ziehe ich das auch an Weihnachten an. Aber ich werde kochen müssen. Und tatsächlich war es letztes Jahr so, dass ich mir auch ein Kleid angezogen habe dann. Und beim Servieren. Und ich hatte das Kleid erst 10 Minuten an. Und beim Servieren habe ich es mir schon ruiniert. Ja. Das war echt. Aber egal. Die 13. Oh ja. Lecker. Oh, das liebe ich. Ich hatte das auch schon ein paar Mal in der Degustabox. Und meine Tante bekommt die Degustabox ja auch. Und sie mag das nicht. Und hat mir dann jedes Mal ihrs weitergegeben. Also das habe ich mich dann dreifach gefreut. Weil ich bekomme die Degustabox ja zweimal. Ihr wisst Bescheid. Ich liebe Essen. Und. Ah. Ich freue mich. Es ist jetzt schon zu spät. Deswegen kann ich es jetzt nicht trinken. Aber ich würde es nochmal. Aber ich würde es sofort aufreißen. Mr. Brown Cappuccino. Und das trinke ich morgen früh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil morgen ist Mittwoch. Und Mittwoch ist bei mir der stressigste Tag der Woche. Weil ich eine Online-Besprechung habe. Eine synchrone Vorlesung von zwei Stunden. Und außerdem haben wir morgen noch einen Termin. Mein Mann und ich. Wegen der Kleinen. Da ist sie aber nicht dabei. Und danach muss ich Schnelle sein. Weil ich dann direkt nach dem Termin diese Online-Besprechung habe. Also da freue ich mich drauf. Und das gönne ich mir. Und das habe ich mir dann auch verdient. Was kostet das? 1,59 Euro. Sehr lecker. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Die Nummer 14 ist direkt daneben. Und ist auch wieder riesengroß. Oh, lecker. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und vor allem, wie oft sage ich den Leute. Mega, mega lecker. Ich weiß nur nicht, wie man die Marke ausspricht. Wir hatten davon schon zwei oder dreimal diese Double-Chocolate-Waffeln da. Die sind super lecker. Ich habe ja zu meinem Mann gesagt, also die sind so mega, mega schokoladig. Da kannst du nicht viel davon essen. Doch, eher schon. Die hier sind jetzt so normale Waffeln. Und innen drin Schokolade. Super lecker. Hat sich auf jeden Fall bis jetzt schon mal dermaßen rentiert, der Kalender. 1,29 Euro. Klassik-Waffel-Chocolate. Und 90 Gramm sind drin. Toll. Nächstes. Und mein Fuß schläft ein, aber ihr seid es nicht anders gewohnt. Nummer 15, die ist hier oben im Eck. Ist ein bisschen was kleiner, so wie die Zehen hier. Und da ist was Interessantes drin. Das sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Sowas. Multipower. Protein. Okay. Gucke ich mal nach. 100% Protein. 1,99 Euro. Ich kenne das überhaupt nicht. Proteinpulver sind speziell dafür entwickelt, den Muskelaufbau in verschiedenen Trainingsphasen zu unterstützen. Dann wissen wir jetzt auch alle, warum ich das gar nicht kenne. Oh Mann. Ja. Gut. Also das kann man wohl irgendwie in den Quark mischen, ins Porridge, zum Backen. Ich werde meinen Mann da fragen, ob er das irgendwie haben möchte, weil, wie wir ja jetzt festgestellt haben, bin ich in keiner Trainingsphase der verschiedenen Trainingsphasen, die es gibt. Also ich belege gar keine davon aktuell und wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht. Deswegen, ja, werde ich da mal meinen Mann fragen oder das vielleicht in eine Verlosung packen. Und das ist mit Schokolade, Schokoladengeschmack. Aber nicht schlecht. Nächstes, die Nummer 16, ist hier unten auch wieder was Kleineres. Oh, ja, das kenne ich. Bon Maman Erdbeermarmelade. Toll. Oh, das ist auch so ein hübsches Gläschen. Sehr cool. Aber wir haben noch geöffnet von den anderen Degusterboxen. 2,29 Euro. Sieht so aus. Finde ich auch richtig gut. Die Nummer 17. Hier oben. Es geht lecker weiter. Oh, Latte Macchiato Schokolade. Oh, ich bin versucht, das auch zu probieren, Leute. Aber mir, oh, ich habe einen leeren Magen und dann so viele Süßigkeiten drauf. Oh, ich möchte mal riechen, aber... Oh, man kann nichts. Schade. Oh, das stelle ich mir so gut vor. Schaut mal. Und das ist so unterteilt noch. Nein, ich lasse es. Ich werde es mal auf Instagram demnächst probieren und da könnt ihr dann gucken, wie das aussieht. Deswegen, ich blende es euch ein, damit ihr mich findet auf Instagram. 1,09 Euro. Und ich weiß noch, Leute, jetzt kommt es. Die Story. Die Schogetten-Story. Als ich noch klein war, war ich bei einer Freundin. Die hatte am gleichen Tag Geburtstag wie ich, aber es war nicht unser Geburtstag. Also nur so Randbemerkung. Und ihre Mutter ist dann mit uns einkaufen gegangen und ich weiß nicht, wie hieß denn der Laden nochmal? Ich glaube, das war Pennymarkt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es könnte sein, dass es Pennymarkt war. Es kann aber auch was anderes gewesen sein. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wieso das dann so heißt. Es könnte auch so etwas Ähnliches gewesen sein. Und dann hat sie mir erklärt, weil man da damals noch D-Mark und Pfennige, weil man da auch was für Pfennige bekommt. Also nicht erst ab einer D-Mark, sondern auch schon drunter für ein paar Pfennige. Und ich hatte tatsächlich, ich glaube, eine D-Mark oder so und habe mir dann eine Tafel Schogetten gekauft für 99 Pfennige. Ja, das ist die Story und das war das Erste, was ich mir damals gekauft habe im Supermarkt, woran ich mich erinnern kann. Eine Tafel Schogetten. Wisst ihr Bescheid? Wen es interessiert hat? Wahrscheinlich keinen, trotzdem wissen es jetzt alle. Weiter, das war die 17, richtig? Genau, die 18. Nummer 18 ist hier, wieder ein großes. Ich will mal gucken, wo ist denn die 24? Das interessiert mich. Ah, hier, auch ein großes. Okay, genehmigt. Ist mir ja immer wichtig. Ich sehe schon was. Irgendwas mit G. Hallo, was ist das? Oh, Risotto. Und hier wurde gerade die Aufnahme beendet, wahrscheinlich, weil das Video schon so lange geht. Ja, Risotto war drin. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es noch gesehen. Ich werde es sehen im Schnitt. Aber gerade als ich den Kopf weggedreht habe, war die auch weg. Ja, Risotto von Gallo. Ich habe noch Risotto da. Muss ich aber auch mal wieder machen. Ist das eine besondere Art irgendwie? Ich werde es mal, ja, ich werde es mal durchlesen irgendwie. Ich habe es mir vorgenommen, mal zu machen und kam nicht dazu. Kana Roli aus nachhaltiger Landwirtschaft. Kana Roli ist der König unter den Risotto-Reissorten. Okay, interessant. Mit was macht ihr das immer? Gebt mir mal einen Tipp. Weil, ja, wie gesagt, ich habe auch noch anderen Risotto-Reiss da, weil ich das eigentlich ganz gerne mag. Aber irgendwie nie mache. Es wird Zeit. Das kostet 2,79 Euro. Dann kommen wir schon zur 19. Die ist hier. Lecker. Ich finde alles lecker. Ja, das ist halt Geschmackssache. Das ist ein Rotwein-Dornfelder, halbtrocken. Also bei mir muss es mindestens halbtrocken sein. Lieber sogar noch trocken. Dann schmeckt es mir am allerbesten. Und das ist eine schöne kleine Flasche. Die kann man sich dann mal gönnen. Zu zweit abends zu einem leckeren Risotto. Rotwein-Risotto. Gibt es das? Ich google das mal. Vielleicht kann man das ja auch mal machen. Aber dann habe ich ja nichts mehr zum Trinken, ne? Denkt ihr? Ich wohne in der Pfalz. Natürlich haben wir noch Wein zu Hause. Ja, lecker. Finde ich gut. 1,39 Euro. Und von Rotkäppchen ist der. Ich wohne ja in einem Winzerdorf. Also Haustür raus, rechts, links, geradeaus. Ist völlig egal. Ich stehe innerhalb von 200, 300 Meter am nächsten Winzer und bin versorgt. So ist das hier bei uns. Die Nummer 20 ist da oben. Die Nummer 20 ist da oben. Und, oh, ist schon gleich fertig. Aber das Video geht ja schon, glaube ich, super lang, wenn die Aufnahme schon beendet wurde. Ich dachte, es wird etwas schneller raus. Nehmt euch Zeit. Wieder was Gutes, glaube ich. Nichts Süßes. Trotzdem, ja, Pesto Rosso. Mag ich sehr, sehr gerne. Einfach Pesto. Dann vielleicht noch ein paar Nüsse mit reingeschnippelt. Aber da sind ja meistens schon Nüsse mit drin. Und, ja, so ein bisschen Petersilie noch mit zu. Und dann einfach unter die gekochten Nudeln rühren. Und dann ist schon fertig. Ist gut. Genau. Tomatenpesto mit getrockneten Tomaten. Ja, und dann hat man gutes, schnelles, solides Essen. Mache ich öfter mal. Mögen wir auch. 1,99 Euro. Ja. Gutes Produkt. Gefällt mir auch. Nummer 21 ist hier. Das ist wieder was Süßes. Oh, nein, oder? Doch. Wieder was Sportliches. Protein Bar Crunchy Fudge. 20 Gramm Protein. Oh. Kein zusätzlicher Zucker. Klingt interessant. Ich spüre mein Bein nicht mehr. Oh mein Gott, Leute. Ich muss mir hier was überlegen. Oh, okay. Da gibt es viele verschiedene Sorten. Proteinriegel. 2,49 Euro. Und diese Sorten gibt es hier alle. Und ich glaube, ich bin aus dem Fokus raus, weil mein Bein eingeschlafen ist. Es gibt noch Hazelnut Nougat. Salty Peanut. Caramel Cashew. Und ich habe jetzt Crunchy Fudge. Zum Brecher. Ich weiß jetzt, wie das heißt. Ihr habt es mir geschrieben. Dann die Nummer 22. Die ist hier oben. Habe ich schon erspäht. Und da ist mein Dessert für den Weihnachtsabend drin. Ja, ist jetzt ein bisschen verknickt. Das ging schlecht raus. Aber wie ich es schon sehe. Ja, wobei Tiramisu Creme. Aber ich gucke mal, was da so drin ist. Zucker, Stärke, Käse, Milchzucker. Also Mascarpone, Käse, ne? Wisst ihr Bescheid? Kaffeeextrakt aber ganz hinten. Ja, doch. Ist in Ordnung. Ich glaube, das werde ich dann an Weihnachten als Nachtisch machen. Oder am 25. Als Nachtisch. Weil ich wollte so kleine Eisdesserts kaufen eigentlich für an Weihnachten. Aber ich bin mir noch unsicher. Ich weiß es noch nicht genau. Das finde ich richtig toll von Dr. Oetker. Und da ist auch so, wie man es machen kann. Sieht schön aus. Für vier Portionen. Finde ich gut. Doch. Werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren. 1,49 Euro. Ja. Nummer 23. Vorletztes. Und da ist irgendwie auf dem Türchen. Ah, ihr könnt es leider nicht sehen. Es ist wie so eine kleine Wurst drauf. Also vielleicht ist Wurst drin. Nein, keine Wurst. Aber. Ah. Die da. Und ich habe davon noch ein Päckchen da. Weil die waren auch mal in der Degusta-Box. Aber ich hatte eine andere Variante drin. Und ich esse das super gerne mit Frischkäse. So zum Dippen. Und in der letzten Degusta-Box war ja auch was dabei. So eine Paste. Wo man Guacamole-Dip anrühren kann. Und Tzatziki. Und da würde das auch super gut dazu passen zum Dippen. Das ist von Fincrisp. Das sind so kleine, ja, so Snack-Dreiecke. Schmeckt wahnsinnig gut. Richtig lecker. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Und ich esse ja am liebsten so was Salziges. Also Chips ist bei den Süßigkeiten irgendwie so mein Favorit. 2,29 Euro. Genau. Letztes Mal war drin Sour Cream and Onion. Und jetzt habe ich Roasted Peppers and Chipotle. Das musste jetzt sein, ne? Zum Ende vom Video irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Okay. 24. 24. Oh, hier an der Seite. Komm. Oh. Was lila, nass. Und dabei denke ich... Aber ich glaube, das wird es nicht sein, oder? Wenn ich das sehe. Ich sehe jetzt nur so hier durch. Da denke ich an Alpia Schokorossinen. Liebe ich. Mal gucken, was drin ist. Ah, tatsächlich von Alpia. Oder wie die Marke heißt. Ah, ich bin so aufgeregt. Schokobrezeln. Oh, lecker. Habe ich noch nie probiert von denen. Salzig und schokoladig. Das ist ja der Renner, ne? Oh, ja. Sehr gutes 24. Türchen. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Kalender. 1,59 Euro kostet das. Bis auf das Pulver hier. Ist das irgendwo offen? Nein. Das war ein Haar von mir. Dachte schon gerade. Ja, also bis auf das Pulver hier kann ich echt alles gebrauchen. Finde ich alles mega gut. Und das hier, wie gesagt, vielleicht kann das mein Mann gebrauchen. Aber das ist jetzt ein Türchen von 24 und ist halt individuell. Wahrscheinlich können es auch viele von euch brauchen. Ich jetzt nicht so sportlich. Deswegen, ja. Aber ich finde es richtig gut. Mir hat der Kalender mega gut gefallen. Und wie gesagt, ich werde ihn euch verlinken. Ich versuche das Video heute noch zu schneiden, damit ihr es morgen sehen könnt. Und, ja, dann schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Kalender fandet. Ob ihr ihn auch habt. Und ob ihr euch jetzt schon spoilern lassen habt. Und schreibt mir noch gerne in die Kommentare, was euer liebstes Snackprodukt ist. So süßigkeitenmäßig. Das würde mich interessieren. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wisung.